Ja hier ist wieder euer Papagei. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal ein neues Spiel, das heißt BrickRicks. Und wie ihr seht, ihr seht erstmal hier nur eine Straße, ein paar Häuschen. Also ich bin in der Stadt. Und dann werden wir mal ein Fahrzeug Spamen. Und zwar, was nehmen wir denn? Können wir heute mal einfach mal ein Polizeiwagen nehmen. So, da ist er schon. Dann zeige ich euch mal, was er so alles drauf hat. Einmal Licht. Ja. Mal wieder aus. Dann haben wir hier warm Klinker. Dann haben wir hier Sirene. Ich kenne die auch an. Und die hat auch Power. So wie ihr sie. Also der ist tatsächlich auch gut. Also der ist saugut. Und zum Beispiel wenn ich jetzt zum Einsatz fahren würde. Das ist schon eine geile Nummer. Der ist ziemlich schnell und verliert auch teile schon. Und hat auch Räder verloren, wie ihr seht. Ähm. Ich mache mal die Sirene aus. Ops. Falsch. So. Jetzt fangen sie endlich aus. Ähm. Ich war leider etwas zu schnell, wie ihr gesehen habt. Und ich stecke jetzt in die Schienenpest. Dann müssen wir uns leider mal. Zu einer neuen Garage führen. Und ein neues Fahrzeug führen. Ihr seht auch hier den Zug. Gibt es hier auch. Und so was. Wir können hier mal. Einen Umfall produzieren. Und zwar. Nehmen wir. Wommeln Tankless. Wir haben doch hier einen von Shell. So. So. Dann fahren wir mal raus. Und stellen uns mal auf die Schienen. Und dann gucken wir mal was passiert. Ähm. So. Gehen wir mal. Zurück. Weil es. Geht nämlich sehr schnell nach oben. So. Hier kann man auch dann. Verlangsamen. Wenn ich die Taste drücke. Sehr langsam. Man läuft sehr langsam. Also Zeitlupe. Und dann warten wir bis der Zug kommt. Und lassen das mal in die Luft gehen. Da kommt der schon. Und der wird auch gleich schuppen. Und ihr seht was passiert. So fliegen die Teile auch in die Luft. Oh wie weit das alles liegt. Also der Zug hält nicht auf. Und das brennt überall. Und wie weit die aufliegen. Das ist schon eine Kunst. Ja. Also man sieht schon. Die brennt auch teilweise alles ab. Was hier so gerade ist. Ja. Das war's mit dem LKW. Dann spawnen wir grad mal noch eins. Oh hier sind auch noch Teile. Da fliegen noch Räder. Ejajaja. Mal gucken. Was nehmen wir denn jetzt. Den mal weg. Dann holen wir uns einen neuen. Einfach mal einen Rettungswagen. Und wir sind auf den Talgis geworden. Das können wir aber gleich ändern. Mal da. So. Machen wir mal Sirene an. Das ist glaub ich kein deutscher. Aber egal. Das sind mal schon zum Einsatz. Also ihr seht ja. sehr langsam. Und das ist die Inneneinsicht. Also. Der ist sieht sehr langsam aus. Kann man auch lassen. Aber. Kein Blaulicht leider. Schade eigentlich. So sieht es anderslich von innen aus. Mit Motor. Ja. Das war wieder mal eine kleine Folge von Präkrix. Wenn ihr mehr sehen wollt. Könnt ihr mal Bescheid sagen. Bitte lasst ein Like da. Ein Abo könnt ihr auch da lassen. Wenn ihr noch mehr von sollen. Spielen wollt. Und sowas. Am so test ich auch mal Neues. Das war jetzt mal so ein. Neues. Hat mir sehr gefallen. Und. Ja. Dann sieht man sich. Bis zum nächsten Mal. Euer Power Guy. Bye. Bye.